4. 5. 6. 8. 8. 8. 10. 12. 16. Genau, das ist vielleicht auch mal so gewesen sein. Stabil sitzen bleiben! Ist du gezerrt. Gott sei Dank, so viel ich jetzt sagen kann nur gezerrt, weil wenn es dir jetzt Göterap furлад hat und es ist schön gezerrt. 12. 16. Es dauert manchmal genauso lange wie eine Riedfahrer. Das heißt nur, dass du halt wesentlich besser oder seinen Mann gegeben wirst. Zwölf. Zehn Sekunden. Das darfst du nicht bedanken. Dreizehn. Gezehn. Vier. Drei. Drei. Eins. Null. Oh, ganz lang. Los. Die machen EWM und Nu-Mann. Weißt du, was? Die, diese Konnektoren, die da sind. Sie waren nicht viel. Und dann grüße. Wer hat losgelassen? Ja. Eigentlich so schnell. Was ist denn hier der Grund? Das ist so. Ich weiß nicht, wer war ich mit dem Punkt. Gutes Tempo. Du sagst, du bist von der Nachricht. Es ist EWM. Du bist den ganzen Tag. Es ist das Bede. Egal. Du bist dann der Leuchttemberg. Es ist mit drei verschiedenen. Drei essen. Drei essen. Do. Das darf man nicht. Doch. Das ist doch nicht. Ja. Nein, es ist heute nicht. Das ist halt kaum, wenn man kommt, man kommt am Ende will. Was ist der Grund? Kann das nicht sagst schon? Das ist der Grund. Und jetzt ist es nicht so. Und jetzt ist die Frage. Das sind ja immer nochbleiben. Ja, jetzt ist es ja auch noch ein Reich und irgendwas. Was ist denn? Die ist schon. Hallo. Ja, 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 ja. Ganz schön abgegnust mir die Uhrfängerung. Noch eine Minute, drei Sekunden. Ihr könnt das schaffen, 1,35 Sekunden. Gib Gas, das wird wir schaffen. Vier Stück noch. 1,44 Sekunden. 1,45 Sekunden. 2,50 Sekunden. 2,50 Sekunden. 2,50 Sekunden. 2,50 Sekunden. 2,50 Sekunden. 2,50 Sekunden. Da spinnen die Kreppe. 3,50 Sekunden. 3,50 Sekunden. Lege ich in die Kreppe. 2,150 Sekunden. Hier recorded. Next time the.. ...eine Minute. Wie es geschafft ist. Eine habt ihr jetzt. Und weiter, 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 weiter. Sehr gut. Und weiter. Wieder oben. Ich hab auch hier oben drin Schmerzen. Hier. Und jetzt auf den Rückkehr, Alter. Nein. Dann hättest du deinen Rücken vergessen. Du brauchst eigentlich nicht Schmerzen. Ist einer da. Nein. Na jetzt ruhig mal. Du musst bei dieser... Bleib mal ruhig mit deinem Gesicht ab, okay? Und bleib mal locker. Warte. Warte. Komisch.